Mein Name ist Thomas Hahn, ich bin freier Fotograf aus Nürnberg und wurde im Rahmen der Medientage der Thomas Sabo Ice Tigers für die Fotoshootings gebucht. Das war eine besondere Herausforderung, weil ich nicht nur klassische Porträts auf der einen Seite machen musste, ich musste auch noch Actionbilder auf dem Eis und ein Mannschaftsshooting mit bis zu 40 Personen machen. Hierfür benötigt man Blitze mit sehr flexiblen Einsatzmöglichkeiten. Nach kurzer Recherche bin ich auf die Godox QT2 Reihe gestoßen, die nicht nur meinem kompletten Anforderungsprofil entsprach, sondern auch noch einen hochwertigen, professionellen ersten Eindruck bei mir hinterlassen hat. Dieser hat sich vor Ort beim Shooting dann auch bestätigt. Bei den Porträts hat mir besonders gefallen, dass die Blitze so einfach anzuhaben sind. Beim Action-Shooting war besonders wichtig, dass wir eine kurze Abrenndauer haben, damit ich bewegte Bilder einfrieren kann. Aber noch viel wichtiger war, dass die Blitze eine kurze Aufladezeit haben. So konnte ich während der gesamten Zeit Blitzfolgen machen und musste nicht jeden Durchgang mehrmals wiederholen, um ein passendes Bild zu bekommen. Beim Mannschaftsbild sorgten drei leistungsstarke 1200 Watt Blitze von vorne für die nötige Ausleuchtung. Das Gesamtpaket von Godox wird durch die X-Pro Fernbedienung abgerundet. Durch die Benutzerfreundlichkeit war es mir zu jeder Zeit möglich, intuitiv meine bis zu sieben Blitze zu steuern. Mein Fazit zu den Godox QT2 Blitzen fällt komplett positiv aus. Die Blitze haben ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis, sind hochwertig verarbeitet und absolut für den professionellen Einsatz geeignet. Ich hatte sehr viel Spaß am Set. Ich konnte mich dauerhaft auf mein Motiv und auf das perfekte Foto konzentrieren. Ich kann die QT2 Serie von Godox jedem empfehlen, der einen verlässlichen Blitz sucht, der vielseitig einsetzbar ist. Über Ostdeutschland Bis zum nächsten Mal.